Was ist das mit dem Nanocomputer-Tomografie-System? Mit unserem Nanocomputer-Tomografie-System können wir hochauflösende Einblicke in das Innere verschiedenste Objekte erhalten. Das funktioniert ähnlich wie in der Medizin. Die Medizin untersucht mit computertomografischen Verfahren innere Organe von Patientinnen und Patienten, ohne diese aufschneiden zu müssen. Genauso machen wir das mit verschiedensten Objekten zerstörungsfrei. Das machen wir zum Beispiel auch mit Batterien. Das Besondere an unserem System ist seine extrem hohe Auflösung. Diese Auflösung ermöglicht es uns, einzelne Partikel im Bereich der Batterieforschung zu untersuchen und dabei festzustellen, welche Materialzusammensetzung dieser Partikel am besten dafür geeignet ist, möglichst viele Lade- und Entladezyklen zu durchlaufen, ehe sie zerbrechen. Damit sorgen wir dafür, dass Batterien nachhaltiger designt werden können und arbeiten können. Das auf eine Kombination von Auflösung. Liez der Klim mete respectful? Vielen Dank.